Kann nur 17 kaufen, mehr habe ich nicht. Tatsache, jeder Handelsstand hat andere Waren. Die Pilze bringen, Tasta. Also 48 Pilze geben, 180 Taler. Oh, cool. So, kaufen. Rupo rankennen. Alter, hat das gerade einer gesehen, wie ich rumgeslidet bin, wie ein Spider-Man? Nee. Nee, aber tatsächlich habe ich es vorhin mal an so einem Kaktusbaum ausprobiert. Das war echt witzig, tatsächlich. Probieren wir es mal. Das ist ein leichter Rucksack. Oh, shit. Genesis Squad! Oh, eine Large Case. Plündern mit Harpune. Ja, du brauchst die Harpune. Eine Frage, wie kann ich... Ey, es ist nicht dein scheiß Ernst jetzt. Du bist so ein Arsch. Ich habe es dir schon hingelegt, Tommy. Ach, Steven. Ja, eins. Tommy, ich bin auf dir drauf und ich kann mir in die Brüste schauen. Lass nur keinen fahren. Kommt ihr mit? Ich pisst gleich. Ganz heftiges Gushing auf deinen Nacken. Und ich werde jetzt hier Fragmente craften. Du Pimmel! Die sind für Steven. Gehst du mal aus meinem Walker raus? Einen Scheiß werde ich tun. Ihr habt schon den großen Walker gebaut. Ich bin noch weit entfernt davon. Nee, wir bauen jetzt gleich mit dir zusammen, deinen Walker. Keine Angst. Ganz genau. Geizkragen. Ich Geizkragen. Einen Scheiß, Alter. Du bist jetzt gebagged. Dafür muss es sogar in Third Person gehen, damit man das sieht. Ja, bleib in der Defense. Wir kommen. Third Person. Third Person Teabag. Was ist er denn? Okay, Affe hat richtig Selbstmordgedanken gehabt. Wieso ist er gesprungen? Er ist einfach die Klippe runtergerannt. Ja, ich sehe ihn. Der sieht aus, als wenn er gefährlicher wäre. Oh, ich kann voll viel. Ich kann den Wurzsperr lernen. Mach die Schmilze. Holy fuck. Ja, warte mal, warte mal. Hast du jetzt die Fragmente gekriegt? Ja. Eins hat er mir gegeben. Der sieht mittlerweile echt gut aus, oder? Mega. Ich habe einen Rucksack, ich habe einen Pulli. Ich will auch einen Rucksack. Kann man den herstellen? Bestimmt. Ja, kann man. Aber ich habe zwei gekauft. Wie kann man den denn herstellen? Ähm. Nehmen wir ihn auf herstellen drücken. Also ich würde mich jetzt auf den Weg machen, Rupuranken zu suchen, ne? Wie viel brauchst du denn? Acht. Wollen wir gleich mal zu dritt hochfahren mit dem großen Walker? Äh. Affe. Affe. Irgendwo ist hier ein Affe. Ah. Oh fuck. Ah. Das Blocken ist so dreckig in diesem Spiel. Mach First Person, Alter. Ne. Nö. Weißt du was? Ich könnte das Problem beseitigen. Nein. Ist der Affe noch am Leben? Nein. Sehr gut. Dann fickt ihn. Wie viel ranken? Ich brauche, äh, acht. Warte, gebe ich dir. Was? Hast du? Ja, ich habe 21. What? Dafür sind wir ja ein Squad. Ja. Hast du gehört, Tommy. Wir sind ein Squad. Ich habe Pflanzenfasern? Mich interessiert das gar nicht. Alles klar. Wir sind voll der Squad, ja? Ich stehe auch voll hinter uns, aber... Ich hab mir fehlen vier Pflanzenfasern. Das klang gerade verkehrt. Freund, ich habe ein Problem. Ich habe zwei verschiedene Pflanzenfasern. Ja. Das eine sieht anders aus als das andere. Das habe ich auch gesehen. Das eine hat irgendwie einen gelben Hintergrund. Kann das sein? Ne, das eine ist so gewickelt wie so eine Binde. Ist aber keine Binde. Nein, hier sind ein Verband halt. Meine Fresse, Alter. Bist du ein Penner, Alter. Aua, das tut weh. Kann ich lachen. Eine gute alte Damenbinde. Ich muss morgen früh zur Reha, ey. Äh, nicht Reha. Physio. Herrgott Steven. Weil ich mir doch beim Niesen eine Rippe verschoben habe. Ja, ich weiß. Das muss man sich doch immer geben, du hast. Das muss man erst mal hinkriegen, sich beim Niesen eine Rippe zu verschieben. Kann ich ein Faser sagen? Jetzt bin ich aber ein bisschen baff. Oh, scheiße. Ich muss trinken. Oh, fuck. Ich muss trinken. Ich bin so müde eigentlich. Oh, ich muss auch trinken. Scheiße. Steven. Oh mein Gott. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich hab das doch gerade... Kannst du mit dem Ding schon fahren? Nee. Ich muss hier irgendwas machen. Warte mal. Ich verstehe das nicht. Wie kann ich jetzt aus diesem... Seil. Pflanzenfaser. Freigeschaltet. Pflanzenfaser-Werkbank. Wie hast du die Werkbank hergestellt? Ich hab sie noch nicht hergestellt. Komm mal her. Guck mal hier. Guck dir das mal an. Das ist eine Weberei. Ich hab eine Weberei gegründet. Nice, Tommy. Nice. Ich hab eine Weberei gegründet. Was ist denn das für ein Kaktus? Was ist das denn? Wo ist denn die Pflanzenfaser-Werkbank? Ach, da. Ich brauche neun Fragmente. Fickt euch. Was ist das? Kaktusfleisch. Okay. Ja, Kaktusfleisch. Es sah so unfassbar... Wie sagt man das so? Exotisch aus. Metallet aus? Exotisch. Guckt euch meinen Walker an, Alter. Du bist so cool, Tommy. Also ich wünschte ohne Scheiß, dass ich hoffentlich irgendwann mal in Zukunft genauso cool bin wie du. Habe ich da ein bisschen Mimi raus? Aber wie komm ich hier hoch? Das hat nichts mit Mimi zu tun. Das ist eher auslachen, Tommy. Das ist gut. Ich kann sogar die Flügel einziehen. Hallo. Ja, warte doch mal. Ich konzentriere mich grad auf meinen neuen Walker, Alter. Konzentriere dich mal auf deinen neuen Walker. In the eyes of a Ranger. Ja, das habe ich vorhin schon gemacht. Geil. Er ist den Penis gefunden. Das ist schön für dich, Tommy. Guck mal, Enzo. Ah, du bist bald weg. Stevie, ich komm hoch. Dein monatelanges Geiern auf die Materialien der anderen hat sich doch bezahlt gemacht. Ich bin stolz auf dich, Tommy. Boah, Alter, wie viel Neid bei euch mitfrisst. Alter, echt? Das ist nur der Weg eines... Wie sagt man dazu? Einer Elster. Der räudige, schlammige Weg einer Elster. Den bist du bestritten. Aber ich kann... Ich kann nicht... Aber ich kann nicht... Ich will mich gar nicht beruhigen. Ist... Das Ding ist Arsch langsam berg. Ja... Natürlich, Alter. Hast du gesehen, wie groß das Ding ist? That's what she said. Halt, hier ist Aloe Vera. Stopp. Halt. Stopp. Aloe Vera. Bitte helfen Sie mir. Halt. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Hihihi. Enzo häng dich rein. Das ist mega geil. Das ist schon... So, warte mal. Sieht witzig aus, Alter. Tommy, das freut mich für dich. Das kann man auch nicht sagen, ohne dass es arrogant und scheiße klingt, ne? Ne, natürlich nicht. Er hat den Weg der schlammigen Elster eingetragen. Ohne Scheiß, Alter. Kommt mal klar auf euer Leben. Nein, Mann. Nein, Mann. Warum nehme ich die ganze Zeit Steine auf? Ich bin nur bescheuert. Tommy, denkst du dran, du brauchst Footage für Dingens? Brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Er ist ein Gamer und er hat tags. Genau. Mein Charakter hat jetzt richtig viel Ausdauer, ne? Ich hab mal ein bisschen auf Ausdauer gedrückt. Das ist... Die atmet und schnauft und keine Ahnung was und kommt nicht auf ihr Leben klar. Aber sie macht's. Hä? Ach, herstellen. Achso, blockiert, weil ich draufstand. Ich hab 100 Holz. Ich hab richtig mein Holz. So, bevor ihr es wieder verschnallt, ihr könnt jetzt mal langsam aufnehmen. Mit Jax. Ja, Mann. Ich habe es geschafft. Ja, ich kann gerne, mich mal langsam aufnehmen. Wie schön... Ja, wir haben Dinge. Untertitelung des ZDF, 2020